Jo Freunde und willkommen zurück. Heute sind wir schon bei Tag 5. Tag 5 der Challenge hat quasi für mich jetzt begonnen, weil ich werde jetzt gleich die Liegestütze durchziehen. Heute haben wir uns einen relativ entspannten Tag gemacht, ein bisschen was bei dem Wetter gegrillt, die Sonne genossen, was man bei schönem Wetter alles so machen kann. Heute haben wir selber kinderfrei, sprich die Kleinen werden heute bei den Großeltern schlafen und wir werden uns bestimmt heute noch was gemütlich auf dem Sofa machen, ein bisschen Nintendo zocken oder so, einfach mal was gemütliches. Aber jetzt zurück zur Challenge, ich ziehe mir jetzt die Weste an und dann geht's los. So, was für euch jetzt noch wichtig ist, ist ihr müsst abonnieren, also was heißt ihr müsst abonnieren. Mir würde es auf jeden Fall sehr helfen, wenn ihr abonniert, damit ich sehe, dass ich meinen Kanal auch weiterentwicke, dass wir wachsen. Das ist natürlich für einen selber immer eine gute Bestätigung, tut einem gut, von daher bitte einmal abonnieren. Wenn ihr sonst irgendwelche Videoideen, Anreize oder sonst irgendwas habt, immer gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr darüber freuen, weil umso mehr Ideen ich habe, umso kreativer kann man werden, umso bessere Sachen kann man produzieren. Zurück zum Thema, ab auf den Boden, jetzt wird die Challenge durchgezogen. Bis gleich! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Jo Leute, wir sind schon wieder fertig, schon durchgezogen, die Liegestütze für heute sind beendet. Also ich werde jetzt noch ein bisschen was Bauchtraining für mich persönlich machen, ohne Kamera, nur um weiter fit zu bleiben, ein bisschen trainierter noch zu werden. Später was auf die Couch setzen, was chillen, irgendwas Gemütliches machen und denkt dran, für jedes Kommentar bin ich dankbar, was natürlich irgendwie einen positiven Hintergedanken hat, sei es Korrekturen oder sonst irgendwas oder halt Video-Vorschläge, was man als nächstes machen kann. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis morgen. Ciao.